Nö, ich glaub nicht. Gut, mal reden wir mal mit dem König. Okay, wo ist Herr Ferrara? Okay, wo ist Gudduat? Okay, dann wollen wir mal wieder rausgehen hier. Äh, ja, ist eigentlich völlig egal von welcher Seite. Dann wollen wir mal... Alter! Hauptsache... So. Dann wollen wir mal... Wo können wir uns denn jetzt... Beziehungsweise... Oha. Okay, Holenstedt erstmal dahinter importieren, weil ich hab keinen Bock zu latschen. Auch wenn es natürlich jetzt die Folge in die Länge ziehen würde und dementsprechend Vorteil wäre. Aber nee. Ähm... Muss ich da jetzt hoch? Ja, ich glaub schon, ne? Gehen wir einfach da hoch, fertig. Kann ja nicht falsch sein. Jupp, wir sind richtig. Oh, ei. So, haben wir den Ort entdeckt. Lassen die was fallen? Nö. Okay. Hallihallo. Wie ging das noch? Knock, knock. Who's there? It's me, Mario. Nein, Spaß. Ähm. Darkings? Von da oben unter. Okay, das bedeutet, wir haben wieder eine riesen Höhle. Ja, komm, ich muss den wieder den Arsch retten. So, komm schon. Natürlich. Komm, 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 an. Weißt du? Komm, komm, an. Und schon wird man angegriffen. Das ist total unfair. Ja, ja. Nee, mein Freund. So, nur mal eins. So. Was sollen wir tun? Let me be truthful with you, Dustling. Well, let's get this over with, shall we? May your gods be with you. Gut. Dann hätten wir die erste Zelle, glaube ich, schon hier vorne geöffnet. Hoffe ich. Können wir? Ja. Achso, das waren ja die Gefangenen. Stimmt ja. Und er wird sich als useless im Fight erweisen. Von daher darf ich sowieso alleine fighten. Hallo? Achso. Ähm. Wow. Wow. Ich hab total vergessen. Und nicht die Viecher. Wow. Ach komm, ich hasse die Viecher. Ja, genau. Wir haben sonst nichts Besseres zu tun. Ich hab ja gesagt, dass die useless sind. Ach komm. Alter, ich brauch Sicht. Ja. Ich hab euch auch lieb. So. Du, gehst mir gerade mal. Uh, hab ich aber Glück gehabt, du. Na komm schon. Das ist doch nur noch die bei... Haben wir es jetzt? Was hat er gesagt? Please give's mir Chills. Was noch immer er damit meint. Auf jeden Fall werde ich erstmal die Piste einsammeln, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache. So, was haben wir denn da drin? Sonst wäre er wussten wie das. Okay. So. Wie konnte ich denn nochmal... Ah, das war ein Heiltrank. Ich muss erst mal rausfinden, wie ich einen Heiltrank überhaupt hatte. Uh, ich hab was gewundert. Darf ich es behalten? Oh, einen großen Heiltrank. Okay. Finde ich gut. Kann ich immer gebrauchen. So, das wäre jetzt Nummer drei... Zwei. Hä? Oh. Ähm, ja. Da ist ein Loch. Hallo? Hallo? Ich will die Kiste... Natürlich! Ich dachte schon, warum kann ich die Kiste nicht öffnen? Kann ich das nicht aufladen? Nö. Ich glaube, das geht dann sowieso dann erst mit dem späteren Level, dass ich dann die Waffe... Oder die Waffe, sag ich schon, die Fähigkeit so hochleveln kann, ähm, dass die dann automatisch, ähm, sich verstärkt. Oh, stopp der Triffsicherheit. Wow. Also, ob das jetzt einen Unterschied macht. Upsala. Man sollte auch nach vorne gucken. Ja. Ja, komm her. So. Ach, komm. Man. Ja, habt ihr's bald. So. Das reicht's mir einfach nur. Na, komm. So, jetzt haben wir sie alle. Und was muss ich machen? Oh, Leertaste. Ah, ja, genau. Kümmern wurden sie 50%. Egal, Hauptsache, wir haben es erst mal... Den lebt ja immer noch. Ja, ich wollte auch gar nicht mit dir reden. Ich wollte das Ding einsammeln. Useless Trash und so schon wieder eingesammelt. Ah, ja, egal. Ähm. Ich sammle erst mal die Kiste da drüben ein. Ist für mich vorteilhaft da. Ja, ja, schon gut für dich. Ja, ich hab schon... Mein ganzes Invental ist schon wieder voll. Ich kann schon wieder nix einsammeln. Schon wieder total toll. So, ist ja wieder eine Kiste. Ja, halt die Klappe so. Ähm. Kann ich die benutzen? Warte. Natürlich kann ich die nicht benutzen. Ich dachte gerade, die könnte ich benutzen, weil es gibt nämlich... Nein, dann würde ich spoilern. Das sag ich jetzt lieber nicht. Ich hab keine Mana-Tracker. Upsala. Schön. Renn einfach ins Gift rein. Oh Gott. Ähm. Naja. Toll. Er rennt als erstes rein. Die Fischer-Fokus-Mech. Ich komm rein. Sagt die Fischer-Fokus-Mech. Total geil. Diese Game-Logic, ne? Das mach ich mal... Total für den Arzt, ne? So. Hätten wir es jetzt? Ich hoffe doch. Warte. Was? Ach so, ne. Da kommen wir ja wieder raus. So. Ahaha. Dein Evental ist vor. Genau. Ich kann jetzt natürlich kein... Alltrag wäre auch zu viel verlangt mitzunehmen. Das zählt ja als übermäßiges, ähm... Stash. So, das hätten wir. Rüstung. Was haben wir denn da? Da konnten wir doch auch... Da haben wir das doch. Weil ich will ja die ganze Rüstung hier alles auseinandernehmen. Deswegen, äh... Behalte ich nämlich gerade noch alle. Halt. Plunder. Zerstören. Ja. Was? Wo ist der Flieger? Ach so, da. Ne. Alles gut. Ich dachte gerade, ich hätte ihn nie, gell? Ja, mag ja sein, dass Blutkörperin kommt, aber das ist mir relativ. Okay, mein Evental ist schon wieder, Freund. Ich wette mit dir, dass ich schon wieder nichts einsammeln kann. Oh, guck mal einer an, da ist er... Halt. Bevor du... Nee, du bist mir jetzt nicht entgegenkommen, mein Freund. Oh, kann ich sogar einsammeln, finde ich schön. So, hi. So, the witch was right. Helpers come from Sir Ferrara the Fair, who flounders in the puddles of Uduat. Such a champion should never lose his way, not in his own song. You, new knight. Leave now, forsaking the last prisoners, and I will share with you my knowledge. How I came to change things. Stay, and you'll have nothing but corpses. Ähm, wo sie die anderen sieht doch? They are safe. But while mortals have no cares, they also have no time. I can keep them here in Uduat for as long as I wish. Until they are but dust. Wer weiß, da, welche Hexe. Oh, I don't know who she is. I don't care. What concerns me is power. The power to end this pitiful design. In every song, the summer champion triumphs. His enemy falls. How long has this been the way of the telling? This existence. It is not a life. It is not a death. It is a snare, in which I have struggled for centuries. No more. Ah ja, alles klar. Mir tut niemandem etwas. That's true. My intent was never to do harm. All I want, all I have ever wanted was love. Not to be alone in my eternal grief. Fine. The prisoners are free to go. But you shall take their place. You shall be bloody bones new desire. Alles klar. Wow. Ich muss erst mal. Ja, natürlich. Natürlich. Hauptsache zigtausend an verkackten Feen. Ihr könnt mir ja doch nicht mit einzelnen Feen so ein, zwei Stück. Nein. Ach, komm. Lass mich doch in Ruhe. So. Weißt du? No, genau. Wir haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Au. Oh, weißt du? Die sind schwer. Willst du mich gerade verarschen? Deswegen mach ich so wenig Schaden. So. Wo haben wir Reparatur-Kit? Reparatur-Kit. Da haben wir dich doch. Die brauch ich definitiv. Ähm. Das sind, glaub ich, die Sachen, die ich alle anhabe, ne? So. Ja, genau. Na, komm. Na, komm. Natürlich. So, komm. Ich brauche nur ein bisschen an, äh, wie heißt das? Ähm. Na, komm schon. Das schaffe ich. Aua. Das hat weh. Geh mal aus deinem Kreis da raus, Alter. Na, komm schon. Der will sich gerade fordern, das sehe ich. Nö. Deswegen liebe ich die, äh, die, wie heißt das? Die, ähm, Chuck Rams. Du kannst hier halt Steggern die ganze Zeit. Du kannst den halt so easy da raus befördern. Wow. Der war jetzt aber knapp. Sturmgeist, okay. Genau. Was kann ich jetzt? Genau. Die Gem. Die Gem. Alles klar. Äh, untersuchen. Was ist denn das? Ach, Blutungsresistenz. Die kann doch von mir aus bleiben. Die brauche ich nicht. Was will ich mit Blutungsresistenz? So, er ist jetzt. Da ist er doch. Den soll ich ja wiederbeleben. Okay. Na gut. Was gibst du mir bitte Befehle? Halt, Gebietskarte. Was gibst du mir bitte Befehle, Junge? Nö. Ich geh wohl ganz anders lang. Ist ja nicht so, als ob ich da überhaupt lang will. Weil ich will ja wieder hier raus. So. Hätten wir das geschafft. Nochmal eben schnell einen kleinen Trank nehmen. Oh Gott. Wir haben jetzt die großen Tränke. Das ist gar nicht gut. Von daher. So. Och komm. Nee, komm mal rein. Geh kacken, Alter. So. Du gehst auch mal kacken. So. Hätten wir die so. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Wieder zu König Wenson? Nee. Wir sind doch nach oben hin. Ja, schon zu König Wenson, oder? Aber trotzdem. So. Gut. Ähm. Ach. Ich weiß, was jetzt passiert, oder? Nee, doch nicht. Hab mich vertan. Tschuldigung. Aber. Oder weiß ich's doch. Irgendwie sowas in der Art. So. Sehen wir mal mit ihm. Ja, ja. Ich bin froh, dass Sie gut sehen. Was ist passiert? Erst Sagrel, und jetzt Blödy Bones. Das sind die Erinnerung schockierende Entwicklungen. Hör, Halim und ich haben uns diskutiert, was in Uduath passiert. Du hast eine sehr spezielle Reise, eine Song von deinem eigenen. Du musst nachdenken zu den Haus der Tenwa, auch der Librarian. Es ist eine wichtige Reise, nicht ohne seine Veränderungen. Ähm, okay. Äh, falsche Maus. Entschuldigung. Ähm. Ja, ich bin bereit. Gut. Wo ist die Bibliothekta? Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, beende ich das Ganze für hier. Wir haben zumindest etwas geschafft. Zwei Quests hintereinander. Ist immerhin etwas. Von daher, auch wenn es ein bisschen nervig war, wir fast verreckt wären, aber auch gut. Egal. Hauptsache, wir haben es geschafft. Und, äh, ich würde sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tölle. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.